Beleiterung ist die dritte Mission der Römerkampagne im Add-on. Unsere Aufgabe ist es, die Eroberung von Troja vorzubereiten, indem wir das trojanische Pferd bauen und es mit einigen Soldaten und Diebe füllen. Wir überspringen diese langweilige Vorbereitung heute aber einfach. Können wir Troja auch ohne solche Tricks erobern? Falls ihr diese Challenge selbst versuchen wollt, solltet ihr euch vorher nochmal den normalen Missionsguide zu Gemüte führen. Ich hatte das nicht getan, was dazu führte, dass ich die Aufgabe unterschätzt habe und nicht mehr wusste, wo Eisen ist. Außerdem seid ihr dann über die anderen Eigenheiten der Karte informiert. Troja stattet großzügig ausgebaut und noch großzügiger verteidigt. Stolze 75 große Türme verteidigen die Stadt sowohl an ihren Grenzen als auch im Inneren. Noch dazu kämpfen die Trojaner stets mit maximierter Kampfkraft. Wir sind also bei den meisten Konfrontationen im Nachteil. Ihre Verteidigung ist aber vor allem an den Wassergräben konzentriert. Wenn wir den Eingang knacken können, steht uns der wichtige Teil der Stadt weit offen. Auf dieser Karte ist sowohl Gold als auch Eisen zwar für die Zwecke der eigentlichen Mission ausreichend, aber für das, was wir vorhaben, ist es eigentlich viel zu wenig. Gerade beim Gold wollte ich daher mit dem Auffrischungszauber arbeiten und es erst großzügig nutzen, der mir der Zauber auch zur Verfügung steht. Soweit müssen wir erstmal kommen. Im Norden können wir unsere Burgenschützen und Hauptmänner positionieren, denkt daran, ihnen auch den Befehl zum Halten der Stellung zu geben. Im Nordwesten ragt die Grenze Trojas über den Graben, so dass ihr dort ein paar Diebe platzieren könnt. Bis ihr das Gebiet eurer Burgenschützen erobert habt, wird ihre Kampfkraft reduziert sein, also lasst die Hauptmänner die stärkeren Soldaten etwas tanken und lasst sie nicht zu lange aus den Augen. Leider werden die Trojaner aber nicht geduldig in ihrer Stadt warten und der Fleischwolf allein wird sie nicht unterdrücken. Auf Normal können sie nach 60 Minuten aktiv werden und das werden sie auch tun. Abgesehen von ihren Soldaten auf Steroiden werden sie auch aggressiven Gebrauch ihres Friedenszaubers machen, was aber dem Blitzzauber vorzuziehen ist. Deshalb empfehle ich euch, Gold, Mana und höherwertige Soldaten zunächst links liegen zu lassen. Konzentriert euch wieder auf Level 1 Soldaten und baut bei den beiden bestehenden Firmen eine Verteidigungsstellung aus Firmen und Häusern. Wenn die Trojaner eure Soldaten verzaubern, bekommt ihr sie nach dem Angriff wenigstens zurück, da sie einfach nur wieder in Waffe und Träger geteilt werden. Der erste Angriff ist der schlimmste, aber auch danach solltet ihr euch noch nicht zu sicher fühlen. Später verlieren die Trojaner durchaus etwas Energie, aber bis dahin seid ihr in der Defensive. Bis dahin könnt ihr aber schon mal Gold vorbereiten, denn ihr werdet Level 3 Schwertkämpfer brauchen. In meinem Fall waren noch 6 Sets Zielobjekte nötig, um eine Kampfkraft zu maximieren, was ihr definitiv tun solltet. Ihr könnt theoretisch auch versuchen, mit Katapulten zu arbeiten, was zumindest den Vorteil hätte, dass zerstörte Türme die KI nicht triggern sollten. Aber den Belagerungswaffen in NS4 fehlt leider vor allem der Belagerungsteil. Wie bereits erwähnt, ist der Eingang der schwierigste Teil. Wenn ihr diesen durchbrochen habt, könnt ihr direkt in den Kern Trojasvorschuss und das Trojanische Gebirge erobern. Das könnt ihr dann für die weitere Soldatenproduktion nutzen. Ab hier kann auch von Schwierigkeiten nicht mehr die Rede sein, der einfach nur so lange Soldaten in die übrige Verteidigung wirft, bis sie euch gehört. Und da diese Spielweise nie vorgesehen war, ist damit natürlich auch nicht die Siegbedingung erfüllt. Aber ich denke, man kann das schon als Sieg betrachten. Wenn man nicht derjenige ist, der 1400 Todesnachrichten an die Familien der gefallenen Soldaten überbringen muss.